Hallo ihr Freunde, wer uns bei Instagram verfolgt, weiß, dass wir am Anfang des Jahres ein Ferienhaus in Dänemark gebucht haben mit ein paar Freunden von uns. Da schon mal vielen, vielen Dank an alle Beteiligten. Es war großartig, es hat viel Spaß gemacht, wir haben uns alle super gut verstanden. Zudem war es einfach eine super Auszeit zu dem ganzen Problem mit dem LT und mit dem LT-Motor. Und jetzt will ich eigentlich gar nicht weiter quatschen, es sind ein paar richtig geile Impressionen rübergekommen. Die möchte ich euch jetzt heute gerne in dem Video zeigen und lasst doch gerne eine Bewertung da oder einen Kommentar da, ob ihr vielleicht auch schon mal an dem Ort wart. Oder ob ihr gerne mal nach Dänemark wollt, nachdem ihr das Video gesehen habt. Also viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. So, wir befinden uns jetzt hier am Strand. Malte, sag doch mal was zu unserem Urlaub zum zweiten Tag. Schön, wir können auch noch mal an dem, weil die noch vorbereitet sind. Tja, so ist das am besten. Und ihr so? Wunderbar, bisschen kalt. Bisschen windig. Bisschen друзet. Bis zum nächsten Mal. Bens. Bis zum nächsten Mal. Wenn du разв 끝, bis zum nächsten Mal. Szleased mal. Es gibt Essen. Malte, wo geht es heute hin? In die Boca. 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 In die Boca.